Thomas Gottschalk wird gehatet, weil er nicht mehr das sagen darf, was er möchte, beziehungsweise darüber nachdenken muss. Wir schauen uns das mal vom KuchenTV an. Freunde der alten Leute, Thomas Gottschalk wird euch wahrscheinlich allen von Begriff sein. Er hat damals Wetten, dass geprägt. Eine Figur des deutschen Fernsehens und noch irgendwas Positives. In den letzten Jahren fällt er allerdings immer wieder quasi damit auf, dass man merkt, jo, der Typ ist wirklich alt und sieht wirklich gar nichts ein. Vor zwei Jahren war er beispielsweise schon bei der letzten Instanz im WDR, wo drei weiße Männer und eine weiße Frau aus der Oberschicht über rassistische Sachen geredet haben. Jetzt gab es ein Interview beim Spiegel, wo man wirklich sagen muss, Bro, hast du dich in den letzten 30 Jahren eigentlich gar nicht weiterentwickelt? Der Spiegel hat das Ganze gepostet mit dem Titel, Ich habe Frauen im TV rein dienstlich angefasst. Schon eine sehr, sehr weirde Aussage auf jeden Fall, außer du bist Pufftester. Aber dazu kommen wir gleich. Wie ist denn das Interview generell so gelaufen? Spiegel hat hier gesagt, dass es halt alte Clips von Wetten, dass gibt, wo er weiblichen Gästen ans Knie gefasst hat und ob er nachvollziehen kann, dass das gerade für jüngere Menschen heutzutage unangebracht ist. Er und der Spiegel antworten dann, dass das zweimal passiert ist und dass gerade die Spice Girls in dem Moment nicht so glücklich aussahen. Und seine Antwort dazu toppt halt wirklich einfach alles. Ich muss sagen, ich finde den Text etwas komisch, denn es wird gesagt, ja, dass es heute als unangebracht gesehen wird. Ich glaube, auch schon damals war es unangebracht oder haben es viele für unangebracht empfunden. Aber man hat sich halt gedacht, hey, das ist im Fernsehen, gehört vielleicht zum Teil der Show. Keine Ahnung. Bruder, was ist das für eine Ausrede zu sagen? Naja, also in dem Song haben sie ja quasi gesagt, dass ich ihr Lover sein soll. Also erstmal ist es ja nicht an ihn adressiert gewesen, logischerweise. Und selbst dann ist es doch keine Einladung, die einfach anzufassen. So, was zur Hölle? Jürgen, das ist wirklich noch schlimmer, als irgendwelche Vergewaltiger, die sowas sagen wie, naja, aber sie hat halt einen Tanga an, ne? Inwiefern soll denn das eine Rechtfertigung für dieses Verhalten hier sein? Doch. Eigentlich hat sie mir versprochen, dieses Hemd andersrum zu tragen, aber sie hat sich doch nicht dran gehalten. You wanted to wear it the other way around. Und ja, das war natürlich ein Joke. Kann man jetzt gut, kann man schlecht finden. Ich finde es jetzt auch nicht so übertrieben schlimm. Aber warum musst du vorher deine Hand auf ihr Knie legen? Welchen Zweck hatte das? Simplicissimus hat damals schon ein sehr gutes Video dazu gemacht und da waren wirklich etliche dieser Clips drin. Das gleiche ist auch hier in der Situation passiert. Und ich frag mich halt schon, was für einen Mehrwert hatte das in dieser Show, dass die Hand an das Knie dieser Frau musste? Es gibt beispielsweise auch einen Clip, wo er zu der Miss Germany geht und einfach random ihre Hand nimmt. Miss Germany damals und Miss Germany heute. Ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen. Und bevor jetzt wer rumheult, das ist nur ihre Hand. Natürlich ist es in Ordnung, die Hand zu nehmen, aber warum? Also das hat jetzt überhaupt keinen Zweck in dieser Situation gehabt, dass er einfach kurz ihre Hand nimmt. So, ich blickte es nicht. Viel schlimmer ist aber auch seine nächste Hand. Ja gut, hier muss ich zustimmen. Es war nur ihre Hand. Ganz ehrlich, was ist so schlimm daran? Andererseits muss man auch fragen, warum war das Ganze so? Was für einen Sinn hat das? Kann man schwer beurteilen, glaube ich. Außer man ist in der Produktion dieser Sendung mit drin. Aber letztendlich würde ich jetzt auch nicht sagen, dass sie sich belästigt fühlt oder dass das jetzt Belästigung war. Ich habe Frauen im TV rein dienstlich angefasst. Wie ein Schauspieler, der im Film küsst, weil es im Drehbuch steht. Das lasse ich mir nicht als Attacke vorwerfen. Trotzdem würde ich das heute bleiben lassen, weil ich weiß, dass gewisse Dinge mittlerweile politisch inkorrekt sind, die es damals nicht waren. Junge, daran ist halt wirklich schon wieder so viel Schrott. Erstmal zeigt es halt mal wieder seine Sturheit, denn ja, er würde das heute nicht mehr machen. Aber nicht, weil er selber gemerkt hat, jo, man sollte halt Frauen nicht gegen ihren Willen einfach am Knie anfassen, sondern weil er sagt, ja, das ist politisch inkorrekt und dann wird man wieder gehasst. Dazu hinkt auch der Vergleich mit dem Schauspieler und dem Drehbuch. Wenn ich als Schauspieler angefragt werde, dann habe ich ja das Drehbuch vor mir. Ich weiß genau, worauf ich mich einlasse. Dazu sind so Szenen, wo Leute sich küssen oder wo vielleicht auch mehr passiert, ja auch teilweise wichtig für den Film. So, das hat ja einen Sinn, warum diese Szene da drin ist. Also, meistens zumindest. Bei Thomas Gottschalk macht es die Show ja weder besser noch schlechter, wenn du irgendwelche Frauen an ihren Knien berührst. Außerdem gehe ich auch mal nicht davon aus, dass das so abgesprochen gewesen ist. Wer genauso dumm ist... Das ist halt die Frage, die ich mir auch stelle. Ist das Ganze abgesprochen oder sind diese Aktionen, die von ihm kommen, einfach random? Entscheidet er das selber? Wie auch immer, hier würde mich mal interessieren, wie sich die Gäste gefühlt haben, die von ihm angefasst wurden. Und ob die das jetzt als übergriffig gesehen haben oder ob die fein damit waren, keinen Plan. Und vielleicht kennt er auch die einen oder anderen Gäste privat, das weiß ich auch nicht. Also hier spielen schon mehrere Faktoren eine Rolle, die ich gar nicht kenne. Von dem her kann ich auch schwer sagen, ist das jetzt okay oder nicht. Der nächste Absatz in der Antwort, da sagt er nämlich folgendes. Ich betrete heute auch keinen Aufzug mehr, in dem nur eine Frau steht. Was mache ich, wenn sie im zweiten Stock rausrennt und ruft, Hashtag MeToo, der hat mich angefasst. Die komplette MeToo-Bewegung damit in den Dreck zu ziehen, die dafür gesorgt hat, dass etliche Frauen eine Stimme bekommen haben und endlich mal gehört werden, kann ich auch hier wieder einfach nicht nachvollziehen. Ja, natürlich gibt es durchaus auch Menschen, die das ausnutzen. Irgendwelche weiblichen Streamerinnen, die irgendwie rumheulen, auf der Gamescom sexuell belästigt worden zu sein und dann vor Gericht genau deswegen verlieren. Ja, das existiert leider. Aber die MeToo-Bewegung im Großen und Ganzen ist halt einfach super wichtig und hat auch dafür gesorgt, dass einige Skandale in der Hollywood-Szene zum Beispiel aufgearbeitet worden sind, die man ansonsten wahrscheinlich niemals aufgearbeitet hätte. So ein Beispiel zu nennen, als wenn das so normal wäre, dass Frauen jetzt so rumlaufen, das entspricht halt überhaupt nicht der Realität. Wie kann man sich denn so wenig mit solchen Themen... Ja, also das war ein unnötiger Take von Gottschalk, den Front hätte er sich sparen können, denn ganz ehrlich, damit schießt er nur gegen sich selber. Generell weird ist auch seine nächste Antwort. Er wird nämlich darauf hingewiesen, dass vor allem Frauen in seinem Buch sehr schlecht wegkommen und etliche Männer als Helden dargestellt werden. Und seine Antwort darauf ist, das ist mir nicht aufgefallen, sonst hätte ich vielleicht aus Political Correctness noch drei Heldinnen erfunden. Wie stur kann denn deine Antwort sein? Also der Front war ja nicht mal, dass da keine Frauen positiv erwähnt worden sind, sondern dass es eine Auffälligkeit ist, dass über Frauen immer negativ gesprochen wird und über die Männer immer positiv. Und ob jetzt bei den Genannten alles immer so positiv gewesen ist, sei jetzt mal dahingestellt. Dazu gibt es ja auch Frauen, die viele tolle Dinge gemacht haben. Zum Beispiel diese eine hier, die... ihr wisst schon. Er meint bestimmt die Twitch-Streamerin, die sich dafür eingesetzt hat, dass man nicht transfeindliche Spiele spielt. Er hilft den Leuten und er fliegt und er hilft den Leuten. Er wird danach auch darauf hingewiesen, dass Taylor Swift und Kim Kardashian sehr oft negativ dargestellt worden sind. Antworten tut er nur auf Kim und ja, ich glaube, da können wir ihn wirklich alle verstehen. Das ist eine Person, auf die man wirklich verzichten kann. Wollte ich auch gerade sagen, wegen Kim Kardashian lassen sich sehr viele Frauen beeinflussen und dazu verleiten, irgendwelche OPs zu machen, die lebensgefährlich sind, aber einfach nur, damit sie so aussehen wie sie. Halten BBL und so weiter. Das ist wirklich alles andere als positiv und da gibt es bestimmt andere Frauen, die mehr geleistet haben. Bei Taylor verstehe ich das aber nicht so ganz. Also klar, man kann von ihrer Musik und den Hype um ihre Person sagen, was man möchte, das muss man auch nicht gut finden. Aber Taylor Swift ist eine Person, die auch sehr viel Gutes macht. Sie hat zum Beispiel jetzt für die Hurricane-Opfer 5 Millionen Euro gespendet. Sie hat nach ihrer Tour sehr vielen Tafeln, sehr viel Geld gegeben und sogar ihren Mitarbeitern nach ihrer Tour einen Bonus von 100.000 Euro gegeben. Also jedem einzelnen Mitarbeiter, egal wie klein die Aufgabe ist, die er da in dem Team hatte. Und ja, fair enough, sie hat auch 1,6 Milliarden mit dieser Tour gemacht. Jungen, das, was? Aber wie viele Künstler gibt es, die auch große Touren spielen und gar keinen Bonus auszahlen? Auch später im Interview zeigt er, dass er sich so gefühlt als Mensch einfach gar nicht weiterentwickelt hat. Er schreibt hier nämlich, dass er lieber husten würde, als zu sagen, dass er in die Mohrenapotheke geht. Und Zigeuner zu sagen, ist auch komplett in Ordnung. Auch das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Denn es gibt nur mal schwarze Menschen, die sich vom Begriff Mohren angegriffen fühlen, weil das früher eine negative Bezeichnung für diese Menschen gewesen ist. Achso, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Also ich bin jetzt noch nicht so alt, aber das mit Mohren wusste ich zum Beispiel nicht. Ich weiß natürlich, dass man das N-Wort nicht sagt, aber das ist mir tatsächlich neu. Genau das gleiche mit dem Wort Zigeuner. Warum muss man so stur daran festhalten, anstatt einfach auf diese Menschen Rücksicht zu nehmen? Warum kann Gottschalk nicht einfach sagen, ich gehe jetzt in die Apotheke? Warum muss das Mohren überhaupt davor? Was ändert das für ihn in seinem Leben? Vor allem bringt er dann noch das Beispiel, naja, er hat sich ja auch selber so genannt. Er rechtfertigt das Ganze dann damit, dass wenn andere sich so nennen, er die dann halt auch so nennen darf. Und natürlich gibt es Leute, die mit solchen Bezeichnungen kein Problem haben. Es gibt auch schwarze Menschen, die es in Ordnung finden, wenn ein Weißer das N-Wort sagt. Das bedeutet halt aber nicht, dass du jetzt rausgehen solltest und dieses Wort die ganze Zeit benutzen sollst. Es ist halt immer noch ein Unterschied, ob diese negativen Wörter von einer betroffenen Person benutzt werden oder von einer Person, die nicht betroffen ist. Gerade wenn man diese Wörter dann auch im Zeitgeist sieht und sich mal anschaut, wie die früher so benutzt worden sind und von... Ja, also ganz ehrlich, wenn es Leute gibt, die sich von Worten wie Zigeuner angegriffen fühlen, kostet es ja nicht viel Aufwand, das einfach wegzulassen oder ein anderes Wort dafür zu benutzen. Auch hier blicke es halt einfach nicht, was daran so schlimm sein soll, diese Wörter nicht mehr zu benutzen. Ich meine, das ist jetzt auch keine große Umstellung, nicht mehr das Zigeunerschnitzel zu bestellen. Wie alt und weiß kann man denn bitte sein? Er hatte ja letztes Jahr auch bei Wetten, dass aufgehört und nochmal prunkvoll am Ende das hier gesagt. Dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich lieber gar nichts mehr. Und per se hat er natürlich recht. Heutzutage wird meiner Meinung nach auch viel zu viel kritisiert. Aus Kleinigkeiten wird der größte Skandal gemacht. Luke Mockridge ist da ja jetzt erst wieder ein sehr gutes Beispiel. Aber man muss fairerweise dazu sagen, dass Thomas Gottschalk vor allem auch in der Vergangenheit, aber auch heute noch, halt viele Dinge sagt, die einfach nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen. Und wo man auch nicht nachvollziehen kann, warum er sich so verhält. In einem WDR-Talk hat er dazu übrigens auch noch Folgendes gesagt. Dann ist irgendwas schief gelaufen. Ich habe ja früher relativ spontan reagiert. Heute ist es so, dass ich erst mal nachdenke, bevor ich etwas sage. Ist das schlimm? Für mich ist es schlimm, ja, weil ich eine Zäsur habe. Ich denke, kann ich das noch sagen, was mir gerade eingefallen ist? Meistens muss ich sagen, kann ich es nicht. Denkt nicht jeder Mensch vorher irgendwie mal so ein bisschen nach, bevor er irgendwas sagt? Ja, habe ich auch nicht verstanden. Also ganz ehrlich, es ist ja immer eine gute Idee nachzudenken, bevor man etwas sagt. Dann sagt man meist auch die besseren Dinge oder entscheidet sich fürs Bessere. Ich habe halt so das Gefühl, dass Gottschalk einfach immer noch in den 90ern lebt und ja, sich irgendwie einfach als Mensch auch überhaupt nicht weiterentwickeln möchte, selbst wenn es um Kleinigkeiten wie einzelne Begriffe geht. Denn natürlich wird heute alles zu streng gesehen, gar keine Frage. Ich habe schon etliche Videos gemacht, die genau das kritisieren. Aber bei ihm habe ich wirklich das Gefühl, dass er sich mit diesen ganzen Themen und den... Ja, also was mich heutzutage stört, ist, dass überall eine Triggerwarnung gebraucht wird. Sonst könnte der ein oder andere einen Nervenzusammenbruch kriegen von dem, was man sagt oder den Bildern, die man einblendet. Also viele sind heutzutage super empfindlich oder wollen aus allem einen Skandal machen. Aber so Kleinigkeiten wie bestimmte Begriffe kann man ja in seine Wortwahl integrieren, damit man auch ein bisschen Rücksicht nimmt. Das ist ja nicht schlimm. Und wie sich eine Gesellschaft auch weiterentwickelt, so überhaupt nicht mit befasst. Zum Zigeunerschnitzel sagt er zum Beispiel das hier. Dieses Missverstanden werden. Ich habe nie an irgendwelche People of Color gedacht, wenn ich von Mohrenköpfen gesprochen habe. Ich habe nie in irgendeiner Form, als ich von Zuschauern gesprochen habe, die Frauen ausgeschlossen, weil ich einfach sage, das sind Dinge, die ich nie im Kopf hatte, weil ich sage, wenn wir alle zuschauen, ist es mir egal. Und das glaube ich ihm auch zu 100%. Ich glaube nicht, dass Thomas Gottschalk irgendein Rassist ist oder diese Menschen als minderwertig ansieht oder die damit beleidigen möchte. Auf gar keinen Fall. Und ja, zu der Zeit, als er aufgewachsen ist, also wahrscheinlich im 2. Jahrhundert oder so, war es wahrscheinlich auch noch... 500 vor Christus, war das bestimmt in Ordnung? Nee, Spaß beiseite. Also ich glaube auch nicht, dass er das mit böser Intention macht. Er hat nur keinen Bock, sich jetzt komplett in seiner Sprache zu verändern. Dabei reden wir hier eigentlich nur von zwei, drei Begriffen. Also ich weiß nicht, warum sich manche so anstellen. ... diese Wörter zu nutzen. Aber eine Gesellschaft entwickelt sich halt nun mal weiter. Wir sind heute viel sensibilisierter für solche Themen. Es wird viel mehr darüber geredet, auch durch das Internet und so weiter. Und hier verstehe ich bei solchen Sachen halt nicht, warum man sein Verhalten da nicht einfach anpassen kann. Also im Endeffekt wird dir doch nichts weggenommen, wenn du das Schnitzel einfach anders nennst. Wie oft kommt man denn überhaupt zu dieser Situation, dass man dieses Wort sagen muss? Am Anfang habe ich ja von diesem Talk bei der letzten Instanz gesprochen. Und da ging es auch um dieses Thema. Und da haben die zum Beispiel so reagiert. Früher Mohrenkopfbrötchen haben wir... Aber es fühlen sich ja Menschen diskriminiert. Also denen ist ja nicht geholfen. Das stimmt überhaupt nicht. Ganz genau. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe ganz viele... Also der Zentralrat der Sinti und Roma. Moment. Und auch an der Reaktion von Thomas Gottschalk kann man ja sehen, dass das so dieses... Oh, was wollen die denn jetzt schon wieder? Ja, Bro, eine betroffene Gruppe sagt, dass das nicht in Ordnung ist. Dann hör denen doch einfach zu. Vor allem auch die Antwort von diesem einen Sänger da. Übrigens hat ja auch der Zentralrat der Sinti und Roma auch gesagt, wir haben auch andere Probleme als der Name dieses Schnitzels. Das hat er auch gesagt. Ja, natürlich gibt es wichtigere Probleme. Gar keine Frage. Aber deswegen kann man doch auch andere Probleme ansprechen. Oder darf man sich jetzt nur noch um das Wichtigste kümmern und alles andere muss man ignorieren? Was kann ich also abschließend dazu sagen? Ja, was soll ich sagen? Irgendwie kommt es mir so vor, als würde man sich an Kleinigkeiten aufhängen und diese tot diskutieren. Anstatt einfach mal ein paar Dinge zu akzeptieren, die sich verändert haben. Und manche Dinge von früher einfach nicht so wild oder dramatisch zu sehen. Vorzeige bringt am 16. Oktober sein neues Buch raus. Und natürlich wird jetzt mega die Werbetrommel gerührt oder wie auch immer man das sagt. Der arme weiße Mann, der nichts mehr sagen darf. Und man darf nichts mehr machen und nicht mal mehr Frauen anfassen. Für mich ist er halt wirklich das Vorzeigebild von alter weißer Mann. Wirklich, dass ich das mal in einem Video benutze, wo sind wir gelandet. Zeiten ändern sich nun mal einfach. Nehmen wir einfach mal mich als Beispiel. Ich habe früher in meinen Videos Dinge gemacht, wo ich heute selber so denke, Bro, wie zur Hölle bist du auf diese Idee gekommen und fandest das in Ordnung zu tun? Aber in meiner damaligen Bubble oder auch im Zeitgeist dieser Plattform waren das Dinge, die damals teilweise wirklich normal gewesen sind. Ja, safe, ihr müsst euch mal alte YouTube-Videos von 2014 oder 2013 ansehen. Da ging es noch viel härter zu im Internet als heute. Da würden die heute wahrscheinlich 10 Trigger-Warnungen brauchen. Früher war es auf YouTube auch komplett normal, das Wort Untermensch zu sagen. Bis man dann irgendwann dafür sensibilisiert wurde, dass das so aus der Nazi-Zeit kommt und sehr negativ ist. Und dann hat man das irgendwann gelassen. Auch hier hat man sich weiterentwickelt. Stell dir mal vor, irgendwer würde sagen, nö, ich habe das früher benutzt, also benutze ich das jetzt weiter. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, zeigt aber, dass Dinge sich ändern. Außerdem darf man ja auch nicht übertreiben. Es ist ja auch nicht so, dass man heute nichts mehr sagen darf. Nehmen wir mal ein Jakob Rätsel als Beispiel. Auch der bringt sehr viel Satire in seinen Videos, bringt auch manchmal sehr harte Jokes, hat aber trotzdem Placements, eine große Zuschauerschaft. Und abgesehen von einer sehr radikalen Bubble, die uns gerade Werbepartner wegnehmen möchte, gab es vorher nie irgendwelche Probleme. Ich wollte gerade einhaken, es gibt ja trotzdem immer noch Menschen, die sich davon angegriffen fühlen, wenn man mal härtere Jokes bringt oder den Humor von Jay Riddle teilt oder ähnliches bringt. Das merke ich ja auch selber. Aber ganz ehrlich, man kann auch nicht jedem gefallen oder es jedem recht machen. Das ist halt einfach auch im heutigen Zeitgeist machen. Wenn du halt immer noch deine Moves von den 90ern machst, dann ist es heutzutage einfach überholt. Geh mit der Zeit oder geh mit der Zeit. Das Anfassen von diesen Frauen ist halt schon über 20 Jahre her. Dass man sich in der Zeit nicht selbst reflektiert hat. Ich meine, er hätte einfach so was sagen können wie, ja, das war damals halt normal, war nicht korrekt, würde ich heute nicht mehr machen, denn man sollte Frauen nicht einfach so am Knie berühren. Ich glaube, auch damals war das nicht normal, nur hat niemand etwas gesagt. Beziehungsweise damals gab es nicht so große Influencer, die da auf einmal ihre Meinung zu abgeben und das ganze Thema groß machen, weil die das eben nicht angebracht finden. Das hätte halt gereicht. Ich weiß nicht, warum man das so aus Zwang verteidigen muss. Wie festgefahren kann man in seiner Meinung sein? Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Naja, das ist auf jeden Fall meine Meinung dazu. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye. Ja, wahrscheinlich will der Gottschalk das Ganze nicht so einsehen, weil es damals irgendwie zu Show gehört hat und er sich wahrscheinlich auch selbst nichts dabei gedacht hat. Ich glaube auch nicht, dass er die irgendwie belästigen wollte, die Gäste, sondern dachte wahrscheinlich, hey, so kommt es witziger rüber, so kommt es rüber, als wären die irgendwie befreundet. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ich sitze nicht in der Produktion. Ich persönlich sehe das Ganze nicht so wild, weil ich mir denke, hey, wenn das damals der Standard der Shows war und auch die, die angefasst wurden, damit fein waren, ist das okay. Wenn sie sich natürlich belästigt gefühlt haben, ist das nicht okay. Wie auch immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare und ganz wichtig, abonniert diesen Kanal. Danke fürs Zuschauen.